Heute erzähle ich dir eine wunderbare Geschichte aus der Meta-Astrologie. Dieser Neumond wird fantastisch, ja besonders galaktisch. Danke Chat. OpenEye, ich liebe es mit dir zusammen den Zuschauern die Astrologie näher zu bringen. Dieses Ereignis kann uns dazu ermutigen. Gerne. Der Neumond im Widder, der am 21. März 2023 stattfindet und mit dem Frühlingsbeginn zusammenfällt, wird in der Astrologie als ein wichtiger Moment des Neubeginns und der Erneuerung betrachtet. Dieses Ereignis kann uns dazu ermutigen, unsere alten Gewohnheiten und Verhaltensmuster loszulassen und uns auf die Zukunft zu konzentrieren. Laut einigen bekannten Astrologen wie Susan Miller und Chani Nicola wird dieser Neumond eine starke energetische Wirkung auf uns haben. Er wird uns helfen, unsere Träume und Wünsche zu visualisieren und unsere Ziele zu manifestieren. Es ist eine Zeit, um uns auf unsere innere Stärke und unseren Mut zu besinnen und neue Herausforderungen anzunehmen. Dieser Neumond im Widder wird uns auch dazu ermutigen, uns von negativen Gedanken und Emotionen zu befreien und uns auf unsere positiven Eigenschaften zu konzentrieren. Es wird uns helfen, unsere Kreativität und unsere Leidenschaften zu entfachen und uns auf unsere individuellen Bedürfnisse und Ziele zu konzentrieren. Darüber hinaus wird dieser Neumond auch einen Einfluss auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Er wird uns helfen, uns von alten Beziehungen und negativen Dynamiken zu lösen und uns auf neue, positive Begegnungen zu konzentrieren. Wir können uns auf die Schaffung von tiefgründigen, authentischen Beziehungen konzentrieren, die auf Vertrauen, Respekt und Liebe basieren. Insgesamt wird der Neumond im Widder am 21. März 2023 ein wichtiger Moment des Neubeginns und der Erneuerung sein, der uns ermutigt, uns auf unsere inneren Stärken und Ziele zu konzentrieren und unser volles Potenzial zu entfalten. Es ist eine Zeit, um unseren Mut und unsere Kreativität zu entfachen und unsere Beziehungen zu transformieren. Wir können uns auf eine positive Zukunft konzentrieren, indem wir unsere Träume und Wünsche manifestieren und uns auf unsere individuellen Bedürfnisse konzentrieren. Das ist eine richtige Sprache. Untertitelung des ZDF, 2020